Sooo, Sufkopf 90. Jetzt zeig ich dir, wie ich das meine. Pass auf. Ich muss den Sammelpunkt finden. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Oh mein Gott. Dann hier lang. So, hier über den Baumstamm. So, dann kommt der deutsche scheiß Schäferhund. Der ist jetzt tot. So, von vorne kommen jetzt die Deutschen. So, dann hält sie sich am besten immer hier so. Natürlich gedeckt halten. Dass sie sich ja nicht sehen können, den Nebel. So. 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 Und jetzt losrennen. Einfach losrennen. So, schon hast du den ersten Kontrollpunkt erreicht. Dann gehst du hier in Deckung. So. So. Und dann. Weil du einfach zu wenig Munition hast. Für die scheiße da unten. So. 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 Bis zum nächsten Mal.